Musik Würzburg mit sieben Niederlagen in Folge. Reuter drei Niederlagen. Er hat zum Korb gebracht, aber jetzt passt er nicht auf und... Robo rollt ab und wird geblockt. Offensiv, Orkic ist bei Justan in der Ecke geblieben, weil er wusste, gefährlichster Schütze. Und Sajus macht es auch offensiv. Mismatch gegen Justin Simon. Da kann er jetzt... Nämlich so viel Zeit wird nicht mehr übrig bleiben. Welles ist da, Sajus ist da, den kriegt er noch los und den kriegt er auch noch rein. Und damit war's... So gut in der Tabelle da steht. Sajus gegen Pulvietis. Ist der Taft da im Post? Klar! Sajus! 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 Und das ist sein 26. Ganz süß da. Aydin Penabra, and now, oh boy, what a drive. Zayas. ... dahinter sich. Man kratscht da weit raus und das spielt bei Reus sehr gut. Das war nicht gut gefifft, Freunde. Und dieser Blick da. Zayas. ZKM. Und das ist die Stärke eben. Zayas. 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 Thornton, gut gespielt, Sajos. Beide Mannschaften von der Freiburglinie unterdurchschnittlich. ValANA Guterres Beide Mannschaften von der Freiburglinie unterdurchschnittlich. Freiburglust Werder Mannschaften von der Freiburglinie unterdurchschnittlich. Wir haben uns FCG-Häuser-Bien geführt. Nächster Versuch. Oh, der Block von...